Herzlich willkommen zu einer weiteren Analyse, Rogue gegen Mad Lines. Das hier ist Game Nummer 4, das letzte Game. Ich habe den Serious wieder nur ein bisschen nebenbei geschaut. Es gibt hier, das Ganze findet wie immer onstream statt. Das heißt, wenn ihr auch mal bei sowas dabei sein wollt, dann folgt mir doch einfach ganz entspannt. Ich sitze hier wieder mit meinem Zeichenpad. Ich habe es noch ein bisschen eingestellt. Das heißt, ich kann jetzt wunderbar vor und zurückgehen. Das heißt, wenn ich einmal hier bin, kann ich sagen, posieren, zurück, nach vorne. Dauerhaft wird auch sowas kommen für die Minimap, aber ansonsten bin ich eigentlich schon sehr, sehr happy darüber, wie es aktuell ist. Ansonsten sehen wir das Ganze uns allerdings natürlich wieder so an. Rogue ist als großer Favorit in diese Partie reingegangen. Mad Lines hat die Serious allerdings sehr offen gestaltet und in dieser Partie tatsächlich auch gewonnen. Warum wir uns diese Partie trotzdem angucken, ist, weil es tatsächlich keine Partie war, die so aussah, als würde tatsächlich die Jungs von Mad Lines das gewinnen. Und es gibt uns die Möglichkeit. Gleichzeitig ist ein U-Bot drin vorgekommen, der sehr viel Einfluss darauf hatte, was passiert. Das heißt, Bans, Bot Lanes, hatten wir schon mal angesprochen. Tristana steckst der ADC auf den Patch. Jon Soa, danke dir übrigens für deinen Switch Prime Sub. Nee, für deinen normalen Sub. Danke, danke. Oh, danke an Highbreaker für 47 Monate Treue. Danke, danke. Hey Karim, steckst der Jungle auf dem Patch. Tristana steckst der ADC auf dem Patch. Ich denke, das ist keine Überraschung. Der Narvan ist ein bisschen überraschend, aber Armut spielt den Champion tatsächlich ziemlich gut. Bin aber trotzdem ein bisschen überrascht. Vielleicht will Rogue ein Sign in den ersten drei Picks machen. Nar geht ansonsten gut gegen Renekton, aber keiner Blindpick mehr Renekton ist. Top-Lane ist eher Tankmeter. Wir haben es jetzt Top-Lane gesehen. Abseits von Tanks, also abseits von Sign. Arthrox, Darius, Urgoth. Ich glaube, das sind die Großen. Die Großen drei. Wukong, Nar, Jace. Das sind die Picks. N-Mai, 1609M. Danke dir ganz herzlich. Genieße deine Streams immer mehr. Das freut mich sehr. Ich hoffe, pünktlich zum League-Badger zu kommen. Das hoffe ich auch. Lucian First Pick hat in jedem Matchup mit Lamprior fast jeden. Eigentlich jeden. Competence kannst du als jeder gegenpicken, der fast Pryor hat, aber dann doch nicht hat. Und ist ein Matchup, was Snowball-heavy ist und gefährlich ist. Twisted Fate, Pointed Clickstun, wird deswegen sehr gerne gespielt. Plus Global Präferenz, also Global Ultimate. Lili als Antwort. Ich versuche übrigens den Draft hier ein bisschen weniger ausführlich zu machen, aber die letzte Analyse war da doch sehr lang deswegen auch. Deswegen versuchen wir im Early-Game ein bisschen weniger vielleicht auf alles einzugehen. Auf der anderen Seite die Antwort. Was hast du denn? Du spielst das Feld mit Lilia. Überrascht mich ein bisschen. Normalerweise, glaube ich, wäre das Twisted Fate Nidalee gegen Illusion Lilia. Aus meiner Sicht. Weil Nidalee ist ziemlich gut mit TF, weil sie auf dem Pointed Click immer ihren Spear trifft. Auf der Mitteln nimmst du aber eh meistens Grenzen gegen TF. Vielleicht disabilit das da so ein bisschen. Und Lilia ist straight up der stärkere Jungle im Vergleich zu Nidalee. Also wenn du die beiden vergleichst, Lilia hat einen schnelleren Clear Speed. Aber mit der Ultimate mehr Teamfight-Potenzial. Nidalee ist mehr Catch. If you do is Thresh. I mean, it makes sense, ne? Das ist quasi die Blue Side 2-3. Kannst du immer der komplette Botland picken. Es ist aber ganz oft nicht so worth, weil Botlands counterpickt werden können. Aber wenn ihr euch zum Beispiel zurückerinnert, als Xayah Rakan broken war, hat man sie ja sehr gerne auf 2-3 gepickt. Als Kalista Alistar broken war, hat man sie ja gerne auf 2-3 gepickt. Und Thresh, Ifilius geht als mit die stärkste Botland aktuell. Zumindest wenn Tristana raus ist. Das Ding ist, du spielst Thresh sonst auch gerne mit Jinx. Deswegen war der Jinx-Bahn für mich ein bisschen überraschend. Ich glaube nicht, dass Jinx die Antwort ist gegen Vilius Thresh. Jinx spielt man aktuell in Senna rein, habe ich gesehen. Der Senna-Bahn kam auch danach, ne? Blue Side-Bahn, Red Side-Bahn, Blue Side-Bahn, Red... Ja, okay. Das heißt, die haben Jinx gebannt, dann kam die Senna-Bahn als Antwort. Okay. Ured auf R3, natürlich mein absoluter Main. Aktuell freu mich sehr. Ich habe das Spiel live gesehen, allerdings nicht die ganze Zeit. Ich habe quasi die ersten 10 Minuten gesehen. Und die letzten 10. Was ein bisschen überraschend war dann quasi, weil die letzten 10 Minuten sehr anders aus sahen als die ersten 10. Ähm, aber dazu natürlich gleich ingame mehr. Der Ured auf der R3, äh... Naja, du hast ein Twisted Fate. Das heißt, du kannst für eine Strong Side top spielen. Ähm, du kannst für einen Split Pusher spielen. Du kannst für jemanden spielen, den du gut shadowen kannst. Und Ured ist tatsächlich das. Ured hat außerdem noch den netten Vorteil, dass er weak und Strong Side spielen kann. Also du könntest jetzt auch immer noch eine Strong Bot Side spielen. Es ist aber die Frage, ob es überhaupt eine Lane gibt, die Strong Side into Thresh Aphelios noch sein kann. Also die Thresh Aphelios, ähm... Pressure. Es liegt hauptsächlich daran, dass Thresh tatsächlich gegen sehr, sehr viele Meta-Supporter ziemlich gut ist. Und den Gage denied. Das heißt, classic Antwort in Thresh ist Blitzcrank. Wenn ihr unbedingt Lane Dominant, also nicht Lane Dominant, aber Key Pressure haben wollt. Atemfisch. Danke, Digga, jetzt für 13 Monate Treue. Und, äh, Blitzcrank spielen natürlich ob es die niemand in der Meta. Das heißt, meistens läufst du Thresh-Counter-Red ziemlich gut, Thresh-Counter-Edistar ziemlich gut, Thresh-Counter-Leona ziemlich gut. Wobei Leona actually mehr Tools hat wegen der Ultimate. Wenn du den Ultimate auf Thresh triffst, triffst du auch den E, weil er zu lang CC'd ist, um seinen Flay rauszukriegen. Ist ja, den geht für Mercs, aber wenn er für Mercs geht, ähm, hat er nicht den, nicht so viel Tempo auf der Map. Bann weiß ich, Cannon, äh, oder haben eine Spiel-Dien-Champion-Op-D sehr, sehr viel. Udia als, äh, der Pick, den man hier noch rausnimmt, wurde auch gehovert von, von Rogue. Ich weiß nicht, was in Spire-Champion-Pool ist. Ich weiß nur, dass er früher viel Olaf gespielt hat. Wer Olaf actually in a choice fällt, natürlich nicht. Du spielst AD mit, du willst mit AP-Jungle-Paaren. Ähm, früher hätte man sowas wie Lies gespielt, Kragas, heutzutage eher Nidalee, Lilia, und da Lilia schon weggepickt ist, ist es, ist es Nidalee. Gibt's auch einen AP-Power-Jungle, den ich vergesse? Twitch-Jet. Nicht, dass ich später wieder den YouTube-Kommentaren korrigiert werde. Obwohl, die Bärzop wäre actually juicy. Aber sie picken am Ende sein, ne? Katsus. Ach, Competitive, sehr schwer. Ich glaube, das einzige Mal, wo wir Katsus-Jungle gesehen haben, war mit Noctur-Mittel, ne? Und damit Global, Bot-Side, Non-Stop-Killen. Das Problem mit Katsus ist einfach, dass er jeden River-Fight verliert gegen Menschen, die Hände haben, und das hat in der LEC leider jeder. Oder Evelynn, ja. Das wäre so ein Save mit Exquisite. Das Problem, was Lilia jetzt quasi hat, ist, dass sie gegen Nidiri-Lilia-Matchup kannst du, glaube ich, mit Lilia, wenn du ein bisschen aheadkommst, Raptors-Raptors machen, weil du einen Ticken schneller bist als Nidiri. Aber auch nicht viel schneller. Aber sie würde sie eh nicht machen können, weil der Lucian Pryo hat. Jetzt hast du Kaiser-Allister. Ja, auch würde ich nicht spielen wollen, ne? Den Draft von Madlines. Joke hat eine ganz klare Weak-Side-Sign, hat eine ganz klare Strong-Side-Bots mit Pryo auf der Midlane, allerdings mit einem gewissen Timer. Nidiri und Duschen. Catch, Push, Pryo. Alles andere muss man schauen. Silber, ich danke dir ganz herzlich. Okay, es wurde sich gewünscht, dass ich im Draft ein bisschen darüber rede, was die Win-Conditions sind, ne? Das habe ich das letzte Mal fand ich eigentlich ein bisschen gemacht. Aber das, was die Win-Conditions sind on paper, ist, dass Rook hat die leichtere Kombo, um Strong-Side-Weak-Side zu trennen. Das heißt, obviously sind, ist das hier der beste Weak-Side im Game. Oh, das war natürlich wieder Genius von mir. Weak-Side. Das ist Weak-Side-Gott. Das hier ist einfach stärkste Bot-Lane. Das ist wahrscheinlich der stärkste Weak-Side oder die stärkste Bot-Lane im selben Game, was ziemlich cool ist. Ich glaube, dass Nidiri trotzdem so ein bisschen Bait-Pick ist, weil der Champion schon sehr darauf angewiesen ist, dass er Setup hat und er hat überhaupt kein Setup. Also generiert CC Hartmangelware. Hart-Hartmangelware. Holy shit. Ich meine, selbst ein Sign hat relativ wenig CC. Und das hat so ein bisschen das Ding. Wenn du Lushen mit Nidiri verbindest, hast du kein CC. Also gar kein. Vieles hat natürlich so ein bisschen Fake-CC und dann hast du Thresh und dann hast du Sign. Aber auf der anderen Seite ist es angenehmer. Du hast Edistar, dann hast du Twisted Fate und Lilia. Aber du hast auch nur einen Point- und Klick-CC, einen Follow-Up-CC, einen Delay-CC und dann nochmal einen Follow-Up-CC mit Ur wird. Wo spiken die Coms? Kaiser spielt meistens Hell of Blades, ne? Dadurch, dass du Hell of Blades hast, bist du quasi auf den ersten 3-4 Level eigentlich fast immer stärker als fast jeder andere. Weil er einfach zu sein, Tech-Speed-Burst hat ziemlich krass. Im Mirror, ich hoffe, ich habe mich bei dir bedankt. Das heißt, da bist du stärker. Ansonsten ist Aphelios schon so mit der stärkste Champion mit 3 und mehr Items. Es kommt ein bisschen auf die Waffen an, aber trotzdem. Ich würde sagen, dass Twisted Fate skalt besser als Lucien. Wobei ich sagen muss, dass dieser Cap-Lucien mir jetzt auch Albträume gemacht hat. Untodig, danke dir. 11 Monate schon in Folge, danke, danke. Und Urgott skalt überraschend gut. Sainer bei Infinity obviously auch gut. Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass er hier einen Draft finden ist für jeder Seite. Ich glaube, ganz ehrlich, dass Rook wegen dem Draft hast du auf jeden Fall zwei Drakes. Du hast zwei Drakes for free. Mit dem Draft kannst du Strong Topside spielen. Das Problem ist, was hast du vor der Strong Topside? Weil der hier immer gut. Also auch wenn du das ist ja so ein bisschen das Ding, ich habe das in dieser Strong Side Weak Side Sache erklärt. Aber wenn ihr euch das anguckt, wenn der Weak Side spielt im Vergleich zu wenn die Weak Side spielen, ist die hier einfach komplett disabled. Die ist einfach Omega lost oder er ist immer noch okay. Das heißt, dass, sagen wir mal, Mad Lions würde heftig für Urgot spielen. Könnten die ja, ne? Einfach TF geht dahin, Lydia geht dahin, der Alistair löst sich noch von der Lane, dann ist Kaiser kein Champion und sein ist trotzdem immer noch useful. Naja, soviel dazu. Das heißt, ich glaube, dass Mad Lions trotzdem wahrscheinlich Power verschieben muss. Die müssen wahrscheinlich trotzdem für ihre Botlane spielen. Das ist einfach superhartes. Ich habe ein Tool bei dir gesehen, wo man ein Wirtler sein muss. Findest du meine Schrift hässlich? Schöne Adoptionen gibt es mittlerweile, die es gibt. Ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist, deswegen erkläre ich es gerne nochmal. Supporter wechseln auf Sweeper. Das heißt, dieser Word, den ihr hier seht, der entsteht hauptsächlich dadurch bei Threshets, Recalled und für Sweeper wechselt. Den Word gab es da früher tatsächlich weniger. Mittlerweile so gut mit meinem Pen, das ist richtig. Ich glaube, mittlerweile das alles mache ich mittlerweile mit diesen Stiften. Das heißt, ich kann einfach hier zack, zack. Ich habe das verstanden und den ein bisschen eingestellt. Da haben wir noch eine gute Zeit vor uns hier. Ja, ich habe ein bisschen gepennt, aber dieser Invade unten, der ist schon okay, weil es eben sein kann, dass Thresh hier nicht nur den Word reinstellt, sondern persönlich in den Busch geht. Und da gibt es eine Option. Werden die gespottet? Die werden gespottet, ne? Gehen nach vorne, Kai hat dann die Option gehabt, vorzuflashen, den mit Headbutt ins Team zu schmeißen. Rogue kann auf hier Topside reingehen, was auch super wichtig ist, dass beide Supporter wechseln jetzt auf Sweeper, was den Vorteil hat, dass du den ersten Word, du kannst aber einen Word safe zerstören, weil beide Seiten ja meistens wissen, wo er ein Word ist. Und das hat den Vorteil, dass wenn ein Midlander der Word hittet, der muss ihn nicht zerstören, kriegt der XP und wird deswegen nach der ersten Wave schon Level 2. Normalerweise brauchst du sieben Minions, dann brauchst du nur sechs. Bei der Botliner hat das nicht mit Level 2 zu tun, aber wenn du den Word, den sie erst geklittet haben, bedeutet, sie sind ein Minion früher Level 3. Während dasselbe natürlich jetzt Mad Lions macht, aber guck mal, sie werden gefeiltet und kriegen den Word nicht. Bedeutet, Rogue ist ein Minion früher Level 3. Das ist eine Kleinigkeit, das wird das Game definitiv nicht entschieden haben. I hope. Anders wäre natürlich auch super witzig. Ja. Early Game, Obwistly Lucien stärker, Obwistly Bobdain stärker. Da stellt sich natürlich wieder so ein bisschen die Frage, okay, wo startet man? Das heißt, ihr seht, Linia macht diesen Bereich, Nidalee macht diesen Bereich. Woran liegt das? Na ja, es liegt daran, wo du rauskommen willst. Das heißt, dadurch, dass die beiden hier Pryo haben, also was bedeutet in diesem Fall Pryo, sie können das hier schneller pushen, das heißt, dieser Wave State ist eher hier statt hier und dadurch können die beiden eher hier hinmuten. Was bedeutet das für die Map? Das bedeutet, dass diese Krabbe nicht für Lilia ist, sondern für Nidalee und dass wiederum Nidalee nicht für Nidalee, sondern für Nidalee und dass Lilia wiederum hier rauskommen will, weil Urgott oben pressured. Urgott könnte, wie gesagt, auch Weekside spielen, aber wenn Urgott will, pusht er immer rein. Das coolste Problem seht ihr übrigens hier, also was zum Beispiel eine Jungle Route wäre, die normalerweise gehen würde für Lilia, ist, dass sie hier Bot-Sack cleart und dann hier zum Beispiel die Raptoren contestet, wenn sie Winning Bot und mithält. aber ist hier natürlich ob es nicht der Fall wäre sehr, sehr risky. Das heißt, stattdessen habe ich einen relativ Standardaufbau die ganze Zeit. Urgott traded oben sein, hat Push, unten wiederum hat Thresh Videos Push, warum hat Thresh über Ältester Push? Das haben wir in Level 1 schon gesehen, Ältester ist einfach richtig scheiße Level 1, da kann sie so viele Hail of Blades dabei haben, wie sie will, da kriegt sie einfach nur komplett auf die Fresse und Thresh ist range, das heißt, er kann Minions hätten und oben will normalerweise Urgott diese Kenne-Minim-Wave pushen, um einen Cheater-Record zu forcen mit einem Kai, er macht die allerdings nicht, pusht das Ganze ein bisschen langsamer, weil er weiß, dass sein Jungle da full cleart und er dann im Zweifelsfall in der Lage ist, denen da noch zu helfen. To be honest, kannst du die Kenne-Minim-Wave aber so oder so durchpushen, also ich glaube tatsächlich eher, dass Sion so gut gegen traden kann, dass er es nicht machen konnte. Ich glaube, es gibt wenig Gründe, warum du auf der Top-Lane die Kenne-Wave nicht durchpushst, wenn du es kannst, weil du normalerweise dann trotzdem das Zeitfenster hast. Ja, das heißt, die Jungle-Routen sind klar, oh, das ist interessant. Achte mal auf die Bot-Lay, achte auf den Wave-State, ne? So, wichtig about Wave-State hier, hier sind nur noch drei Minions, das heißt, die wollen beide drei Minions hitten und dann soll diese Wave zum Turm gehen. Warum soll diese Wave zum Turm gehen? Aus der Sicht von Blue-Side? Naja, dann sind diese ganzen Minions hier, na, müssen noch geklärt werden. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Minions müssen noch geklärt werden. In der Zeit, wo die beiden acht Minions klären, können die in die Base gehen, Items holen und sind dann so schnell wieder da, dass die anderen nicht in der Lage sind, in der Zeit schnell reinzupushen. Deswegen willst du die Wave durchpushen. Was jetzt passiert, ist, dass die, ups, sorry, ähm, was jetzt passiert, ist, dass die in der Lage sind, diese Wave zu pushen, aber der Alistar sich vor die Minions stellt. Achtung, habt ihr gesehen, der Alistar ist nach vorne gelaufen, die Spectator haben das nicht perfekt angefangen. Jetzt haben die schon angefangen zu recallen, weil sie dachten, dass die Wave durch ist. Alistar hat es allerdings geschafft, drei, vier Minions vorne zu halten und das kostet sie jetzt aber Zeit, weil sie durchgehen. Das Problem daran ist, ne, das ist jetzt quasi, ne, diese Minions sind immer noch nicht richtig in den Turret-Range, das heißt, die müssen jetzt noch mal reingehen. Das heißt, an sich cool, das Problem ist, dass es jetzt trotzdem eine possible gesteckte Wave, wo Nidalee in der Theorie für den Dive gehen könnte. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum man Botnain Melee-Supporter spielt. Stellt euch vor, dass dieser Alistar eine Nami wäre. Würde diese Wave so freezen, würde das zur Folge haben, dass Nidalee oben rum geht, hier für den Dive geht und die zu Tritt tatsächlich in der Lage sind, die beiden zu diven. Das kannst du allerdings nicht gegen den Alistar, weil der Alistar nicht so point-and-click unter Tower CC, dass ein Dive nicht möglich ist. Trotzdem kann Nidalee natürlich helfen, durchzupushen. Das solltest du jetzt wahrscheinlich auch machen, weil eigentlich sollten das zu zweit clean können. Die nächste Wave ist auch noch da, Nidalee kriegt Topside, Nidalee jumpt drüber, können aber den Dive nicht spielen. Uh, trifft den Speer vielleicht doch. Ah, nee. Ach so risky, du kannst gegen die nicht diven. Das heißt, jetzt hat Nidalee geholfen, jetzt kann die Bot den Basen gehen. Das Problem ist allerdings, dass es jetzt nicht acht Millions waren. Ähm, Cheetah Recall kurz erklärt, im Endeffekt kannst du es nennen, wie das jetzt, ich glaube, es ist das, was Alistar mal Cheetah Recall nennt. Ähm, im Endeffekt, dass du, du pusht die Wave durch, du, naja, im Endeffekt ist es meistens eine gestackte Wave, das heißt, du hast, wie wir eben gesehen haben, acht, neun Millions, die du zum Turret durchpuschst, recallst dann, rennst wieder auf deine Lane, also kaufst was, sein Tor erklären, dann die Wave pushen und braucht dafür so lange, dass du schon wieder auf deiner Lane hockst mit dem Item Vorteil und dadurch bist du dann in der Lage, die Wave schneller durchzupuschen oder ihn so davon abzuhalten, die nächste Wave zu pushen. Deswegen kann der Gegner nicht recoilen, deswegen hast du einen Item Vorteil, deswegen ist es Cheetah Recall. So, jetzt könnt ihr die Bot dann wieder recoilen, das sind allerdings jetzt so drei Millions, die nächste Wave ist allerdings eine Canna Minion Wave, dadurch, dass es eine Canna Minion Wave ist, könnten sie trotzdem recoilen, weil man dafür länger braucht zu pushen. Was ihr allerdings seht, ist, dass die Bot dann vor der Boost-Seite tatsächlich im Busch getrappt hat, um den Gegner zu killen. Haben sie jetzt nicht geschafft, pushen jetzt die Canna Minion Wave. Früher war es super wichtig, dass du auf der Bot-Lane mit 45 CS spaced, da war das Spiel noch anspruchsvoller, weil BF eben das Item war, was du brauchst. Mittlerweile kannst du ja eine beliebige Anzahl in Longsuts oder Pick 6 holen. Super easy. Ja, so far so gut, ne? So muss League of Legends erstmal an sich aussehen. Midlane, Dauerprior für Luzion. Ich weiß nicht genau, wie Twisted Fate hier ein Reset kriegt. Ein Free-Reset. Luzion hat einfach die Wave durchgepusht, geht Base. Und dann ist TF schon mal schnell genug in der Lage, die nächste Wave zu pushen, ne? Der ist Mitte. Setzt Minion Dematerialisierer ein und pusht die Wave hart durch. Oh, scheint zu reichen. Nice. Gab's keine Analyse von G2 Schalke gestern? Gestern Samstag ist mein Feiertag. At-Lin. Nö, Nö, Lines. Ich danke dir ganz herzlich. So, ähm, das hier ist jetzt auch wieder interessant, ne? Achtet auf, ähm, das, das hier ist der Wave-State, ne? In dem Fall, dadurch, dass Sine hier nochmal den E einsetzt, kommt Sine mehr und mehr in den Stormpush. Woran liegt das? Naja, wenn ihr euch diesen Wave-State genauer anschauen wollt, dann müsst ihr mir überlegen, okay, in welche Richtung pusht es, ne? Wir haben hier, äh, drei Caster-Minions und ein Canne-Minion gegen, ist das ein Canne-Minion? Ja. Zwei Caster und ein Mini. Das heißt, es ist relativ eng beieinander. Und was in solchen Momenten dann immer unglaublich wichtig ist zu verstehen, ist, dass eine Wave in die Gegengesetzte-Richtung pusht, wo sie steht. Das heißt, steht die Wave hier, also näher an, an diesen Turm, pusht sie in die Richtung, okay, steht die Wave eher hier, pusht sie eher in die Richtung. Das liegt einfach daran, dass hier die Minions ja dann früher hinkommen und hier anfangen zu fighten, bevor, wo diese Minions noch hier sind und dadurch quasi viel Damage entsteht. Das heißt, hier ist diese, die nächste Wave kommt hier früher an, als die, die viel, 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 viel länger braucht. Deswegen pusht das eher zu Urgott. Was jetzt wahrscheinlich passieren müsste, ist, dass Nidalee hochgeht und die Wave mit durchpusht. Weil, wenn das ein Slowpush wird, kann das ein Sign alleine nicht durchbringen gegen den Urgott. Warum? Naja, weil Urgott tatsächlich ziemlich strong ist. Sagen könnte das vielleicht einfach halten, bis er Level 6 ist. Nidalee die Pave stattdessen nach unten, verliert er durch weniger Zeit. Um ist jetzt der Slowpush im vollen Gange. Sagen versucht das jetzt durchzupushen. Idoia pefft nach oben. Keine Vision für ein Sign whatsoever. Geht jetzt den Fakeboard stellen. Das ist ein absoluter Fakeboard quasi. Das hat mir Tolkien damals beigebracht. Ich hab das am Anfang auf der Topline auch immer gemacht. Das ist quasi ein Wort, der dir sagt, was sagt dir dieser Wort? Der sagt dir quasi diesen Bereich. Wenn eine Lilia hier steht, bist du tot. Du bist einfach tot. So, das ist einfach, du wirst ohne Frage, wenn du hier stehst und Lilia ist hier, ist die schneller da als du hier. Das ist kein Fakeboard mehr, wenn er 6 ist. Wenn er Level 6 ist, ist es fein, wenn er kann er raushalten, so ist es ein Fakeboard. Weil er dir Infos gibt, die dir nicht helfen. Das heißt, oben hat er jetzt diesen Slowpush, kriegt den Slowpush aber auch nicht richtig durch, wird geflashflippt, schön von Armut. Safe key. Ich glaub, wenn Oda Amli hier Level 6 wird, dann überlebt er das, weil er da dann halt eben raushalten kann. So, keine Chance. Ja, Laneset von Oda Amli, er ist, er ist ein bisschen unfortunate, ne? Beide GPen top übrigens. Ah, wir waren der Wave-Statter nach. Schauen wir uns mal an. Das ist ein Slowpush. Es sind auch 3, 4 Minions übrig, das heißt, ein Slowpush für Urgoth. Urgoth hätte vielleicht die nächste Wave noch pushen können, bevor er restartet, dadurch das Sion, aber Safe auf die Wave, Tipeet, kann er es nicht machen. Sion hätte jetzt die Option, es zu freezen. Deswegen Tipeet Urgoth auch sofort drauf. Tiamat first. Nicht der größte Fan, ich glaub, Iron Whip, Iron Whip, ist ein bisschen besser. Ist allerdings auch kein, kein Matchup, wo die Strike Breaker hilft, to be honest. Also, keins, wo Strike Breaker Rush dir hilft, weil du trotzdem keine P-K-Pressure auf den Sion hast. Midlane, Nidididi ist runtergepefft, hat ihre ganzen Camps gemacht, und hat geresettet, ne? Nidididi hat alle Camps gemacht, resettet, und rennt dann eher Bot-Seite. Bei der Game achten wir, wie immer, sehr viel auf die Jungle, na, ihr merkt das schon. Nidididi hat jetzt um noch ihre Golems und geht dann auch in die Base. Ah, CS-Wise, Bot-Lane ist jetzt auch ein überbeschissener Wave-State, na, ihr seht das, das ist ein Slow-Push, also, das ist quasi wieder dasselbe Prinzip. Die Wave pusht quasi von ihnen weg. Das Problem ist allerdings diesmal, die werden das hier freezen. Das heißt, was die machen ist, obwohl hier mehr Minions sind als hier, ähm, stellt sich hier der Thresh einfach immer hin quasi, und verhindert, dass diese Wave durchgeht. Und dadurch, dass diese Wave nicht durchgeht, sterben hier die ganze Zeit Minions, ähm, die eigentlich Kaiser gehören. Und dadurch kriegt sie keinen Lasted dafür. Das ist noch kein XP so, aber das ist trotzdem super nervig, weil dadurch Kaiser Step-by-Step CSP einfällt. Mh, was der Nachteil von einem Freeze, du kannst auf der anderen Seite der Map was machen, das ist im Mörder-Game allerdings nicht möglich, weil wenn wir normalerweise, oh, okay, sorry, ähm, normalerweise reden wir ja von Prior, ne? Das heißt, dadurch, dass diese Wave eher hier steht als hier, na, sind, wenn der Wave-State hier ist und hier gefreezed ist, das bedeutet, dass die eher schneller im River rotieren können. Das heißt, Alice kann, Alice kann, Alice kann move in 4 Thresh. Und das passiert hier auch. Twisted Fate Ultimate. Das ist schon bitter, ne? Du hast Lilia und Twisted Fate Ultimate und kriegst keinen Kill. How? Schon mechanically incorrect, right? Ah. Die Bowling-Kugel darf er hier nicht schmeißen. Warum nicht? Bowling-Kugel hier zu treffen ist relativ schwer, weil der Gegner hat Hände. Wenn er die Bowling-Kugel aufbewahrt, bis es zu dieser Stunk-Hard kommt, eigentlich ist es nicht 100%, weil Inspired ob es die ein ganz gutes Movement hat. Aber dann trifft er sie sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher. Botlane muss Kasi natürlich jetzt respektieren, dass er, okay, müsste er natürlich respektieren, dass er ein One-Hasest-Tool ist. Und mit Lenk kommt jetzt hier Lilia Ultimate. Schön, der Flash von Inspired. tatsächlich hier, wenn ihr darauf achtet, Lilia flasht über die Wall, hat aber noch kein Q wieder ab, weil sie ihn hier einsetzt und Inspired hat dadurch die Zeit. Ich glaube jetzt trotzdem, dass Inspired da ohne Flash nicht rauskommt, deswegen braucht er da auch gar nicht zugegangen. Meanwhile, Toplane, Urgott, wir erinnern uns, unten ist der Doku-Langestate, oben hat Urgott Push, er muss diese Wave durchpushen, das kann er auch, weil er hier Info auf Niederli hat. Dadurch hat er Pryor, warum ist das für uns relevant? Dadurch, dass er Pryor hat, movt er hier den River rein und steht beim Play quasi die ganze Zeit daneben. Er steht die ganze Zeit oben im Topside River und verliert Zeit. Er könnte derzeit auch die Wave pushen, aber er will seine Pryor, seinen frühen Kill hier, ihm auch nutzen, um die Map zu backern. Die Ultimate of Last ist hier aber auf jeden Fall nicht die Lösung. Kein Kill dafür. Und das bedeutet, sein hat oben eine Wave komplett durchgepusht und die Wave ging auch komplett in die Tower. Das heißt, sechs Minions, die Armut hier komplett gemisst hat. Als potentiale Strokes hat, ist das sehr schade, weil er eigentlich bis jetzt sehr gut verwortet war und jetzt ist er einfach zwölf CS behind. Ich glaube, sein hat sogar ein Turret Plating bekommen im Worst Best Case aus jeweiliger Sicht. Okay. Warum setzt man Fake Wards? Naja, er hat den Ward ja gesetzt gehabt, kurz bevor er Level 6 geworden ist und wenn er Level 6 ist und den er sieht, kann er rausholen. Das heißt, ab Level 6 ist es kein Fake Word mehr und Fake Wards, es ist quasi kein, es ist Fake Info Word, es ist nicht so, als würde man absichtlich Fake Wards setzen. Es ist einfach ein Word, der dir Sicherheit gibt, obwohl er dir keine Sicherheit gibt. Ich habe den am Anfang immer gesetzt, weil ich dachte, das wird schon reichen. Tempo Vorteil wird genutzt von Nathelius und Thresh zum Swap. Harriot ist oben ab. Das heißt, erster Harriot over Esther Drake. Bin ich generell immer richtig. CS Unterschied, auf der Botnet schon huge, ne? 14 CS, einfach weil dieser Lane letztendlich gefixt wurde, weil Lilia auch nicht runtergemoved ist, sondern die stattdessen Top-Set-In-Play gemacht haben. Jetzt haben wir das hin. Danke euch ganz herzlich für den Raid. Sehr freundlich. Herzlich willkommen. Wir machen hier die schöne Analyse von der letzten Partie, die ihr eben gesehen habt. Dafür sitze ich hier mit meinem wunderschönen Zeichenpad und meinem Füllkugelschreiber und kann für euch wunderschöne Dinge malen. Und dadurch sind wir in der Lage, das hier besser denn je zu analysieren. Und ich kann euch ganz, ganz schöne Dinge zeichnen, die dann am Ende dazu führen, dass ihr in meinem Herzen seid. Einen wunderschönen guten Abend. Grüß Gott. So sieht das dann auch aus, wenn ich das Ganze groß mache. Das ist ein Zeichenpad jetzt. Das ist meine Qualitätsoffensive, wenn man so will. Ich habe mein ganzes Setup ja ein bisschen umgestellt. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Swap also von den Jungs von Rogue, weil sie auf der Botlane die ganze Zeit Prior hatten. Das Problem, was man jetzt hier so ein bisschen sieht, ist, dass Nede die Outerflug ist. Wenn ihr swapt, wollt ihr fürgewöhnlich immer, dass euer Jungler da ist, wo ihr seid. Das ist der Standardplay, also dass der Jungler mit hochswapt, damit ihr auch sofort Action machen könnt. Es ist allerdings nicht so schlimm, dass ihr hier ein bisschen später kommt. Die müssen das nur kurz respektieren auf der Toplane. Trimby allerdings jetzt, upsie, sorry. Das heißt, ja, hier sehen wir so ein bisschen die Problematik, die dadurch entsteht, weil das hier ist ein Nedele ist noch nicht da, aber hier oben müssen die Wave schon sehr weit vorne annehmen. Das heißt, die beiden haben schon Zugang hier und könnten hier für ein Play gehen. Bis hierhin habe ich übrigens geguckt, ab hierhin habe ich nicht mehr zugeschaut, aber wir kriegen das Ganze trotzdem hin, das halbwegs vernünftig zu analysieren. Trivial geht entgegen, was mutig ist, weil Twisted Fate hat hier Pryo. Also, was ihr quasi seht, ist, dadurch, dass Kaiser hier thirdet, kann quasi hier in dem Moment Lucien nicht durchpushen, der normalerweise Pryo gegen Twisted Fate in der Phase des Games hat, weil wenn ihr euch die Items von TF anguckt im Vergleich zu Lucien, ist TF schon deutlich stärker eigentlich, aber dazu kommt es in dem Moment nicht. Bisschen weird, ne? Wenn Nidalee da wäre, um den Elister zu checken und so, dann wäre das alles ein bisschen besser. Kein TP auf einer der beiden Top-Laner. Das heißt, Twisted Fate hat jetzt Pryo den River rein und die Top-Lane, also die Bot-Lane, die Top-Lane, jetzt muss das respektieren. Ach, das ist actually einfach nur fucking terrible von Trimby, desto mehr ich darüber nachdenke. Also, was hier eigentlich passieren muss, ist quasi dadurch, dass Nidalee jetzt auch nicht mehr relevant oder du bist darauf reagieren. Das heißt, statt das Thresh hier entgegen gehen, for what ever reason, müsst ihr hier hingehen und Lantern spielen. Lantern spielen bedeutet quasi immer, dass Thresh, wobei, komm, machen wir es mal richtig schön, Thresh steht hier und schmeißt seine wunderbare Lantern, das heißt, und dann kann quasi jederzeit ja dahin gehen, zack, und zück wird hier rübergezogen. Das wäre Lantern spielen und das wäre der Play, den man hier braucht. Ups. Upsi. Sorry. Das war der Play. Ich kann ja mal kurz die Geschwindigkeit reduzieren, weil die Fights sind teilweise dann doch ein bisschen schwer zu sehen auf 1,5 Geschwindigkeit. Das heißt, Trimmy muss rausflaschen, Hans-Armack gewinnt aber wenig Distanz tatsächlich, was sehr ärgerlich für ihn ist, aber holy fuck macht der Schaden und my fucking goodness. Ja, well. 200 years. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass das gut ist, ne? Also, es ist trotzdem nicht so, wie man spielen sollte. Hat Elioja hat tatsächlich Ultimate, aber kommt einfach nicht an Hans-Sama ran, oder was? Oh my fuck. Boah, holy shit, ey. Der Dämpchen ist aber auch crazy. Okay. Ja, ich meine, hat Sama hat die perfekten Waffen, na? Er hat, er hat, er hat wirklich die perfekten Waffen, I guess. Ja, er hat die perfekten Waffen sogar gesteckt. Ja, well. Das heißt, du spielst wahrscheinlich in das stärkste rein, was der Fides dir, dir irgendwie bieten kann. Holy moly. Ja, das ist crazy. Daher kommt der Damage quasi, Also, die spielen quasi in, in die größtmögliche Stärke von der Fides rein in dem Moment. Habe ich aber in der Analyse auch bisher auch nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein guter Play. Ich hätte das als Mad Lions hätte ich super hart gefeiert, dass man das so hinkriegt. Und dann kriegst du dafür einfach nur komplett auf die Fresse. Einfach, weil der Videos einfach Billion Times mehr Damage macht. Ich meine, das ist ja, du spielst ja auch nicht in den Power Spike rein, ne? Klar, der hat jetzt Krakenslayer, Minute neun übrigens. RIP. Aber er hat, äh, er hatte zu dem Zeitpunkt ja noch keine große Power, ne? Was hat denn währenddessen passiert? Sain ist bitte geschifftet, ne? Sain hatte Botlein-Prior, schifftet Mitte. Äh, Lucian. Chimnoid, wo ist der denn hin, TP, denn Gottes Name? Ah, der hat hier gewechselt. Der hat hier Heal, also Twisted Fate hat Heal und der wechselt auf TP. Ah, na ja, TP und hat hier auf Heal gewechselt, ne? Kommt, die Analysen auch als VOD auf YouTube, selbstverständlich. Findet ihr Ausrufen, Zweitkanal, Ausrufezeichen, Zweitkanal. Dort findet ihr alle Informationen. Ja, Humanity benutzt und wechselt, deswegen natürlich wieder auf Teleport, MyBet. Er spielt natürlich den TP hier als Standardvariante und den Heal als Keystone. Das heißt, Tatsawa bekommt ja auch noch ein Turret Plating, äh, obviously, Riesendebakel, Mad Lines, super Farbehind. So, wichtig jetzt zu sehen, Urgoth rotiert mit, ne? Aus der Base. Warum? Weil man noch den Hero Contesten will. Jetzt merkt man, dass es zu spät dafür. Achtet darauf, was macht Urgoth. Urgoth, äh, pepft über die, über die Midlane, das heißt, Botlane geht gerade die nächste Wave ins Nichts, aber verliert schon wieder in der Wave. Einfach nur, wenn er bei seinem Team sein will. Aber ist die Frage, ob er jetzt auch bei seinem Team ist, ne? Human Lord kommt mit der Ultimate dazu, hat aktuell aber, wie gesagt, überhaupt kein Damage. Er hat noch nicht ein Damage-Eitling gebaut. Seine Star mit der Ultimate vor Armut. Wie sad ist das? Der aber zumindest, äh, Human Lord noch die Midlane professionell wegschreddet, um seinen Gold Vorsprung weiterhin zu behaupten. Auch ein bisschen fies, ne? Also da sollte er eigentlich die Wave nicht touchen. Das hat er, das hat er schlimmer, diesen TF-Bild, ne? Du hast kein Damage in der Phase. Aber der Thresh zeigt sich wieder super, super stark, ne? Und was hat man überhaupt gefightet? Streng genommen nichts, ne? Also man hat, man hat Territ fertig. Oh. Julia hat echt nicht so viel Glück mit seinen Bowling-Kugeln. Und Trimby, Flayed, hooked, ultet. Kaiser schmeißt Inspired raus. Knock-Up 2 ist eigentlich schon ziemlich gut gespielt, ne? Also wenn ihr, wenn ihr einfach nur hier auf Kaiser achten wollt, der, der Nockt Inspired hier über die Wall und Knock-Up die beiden dann auch noch hier. Das ist eigentlich ziemlich sick. Aber die haben einfach keinen Schaden, so, ne? Also du, du kannst das hier schön reden, wie du willst, aber du hast einen ADC, der, wenn er nicht gerade einen Kackensler hat, weil er vorher Trakets gemacht hat, Upsi, Upsi, ähm, extremst wenig Power in der Phase hat. Und du bist auch im, 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 ne, Human-Lord kommt jetzt ja auch erst dazu, aber die haben wirklich überhaupt keinen Damage-Stack, holy-boly. Ich finde, Addison macht das richtig, ne? Der Peelt ist ja auch der Einzige, der stirbt. Probably fine. Armut leider nicht in Range. Ja, wahrscheinlich der, der gerade mit am stärksten wäre, der Urgott. Oh. Das war auf die Top-Side. Armut, äh, 7 CS down, Lucian, 10 CS up und vor allem F-Fideos gegen Kaiser. Also das ist halt wirklich das Ding, Kasi hat, 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 am Anfang in der Länge hartgesucht. Wo man natürlich auch fragen muss, okay, warum pickst du Addison Kaiser in der Fideos Trash, wenn die Lane so bad ist? Und du weißt, dass du in der Theorie Strongside Urgott spielen könntest. Aber, weil die Lane war ja obviously schon terrible, bevor es zum Swap kam, ne? Und bevor es zu den Trakets gab. Der Fideos hatte ja auch vorher schon ein 30 CS-Lead. So, der Swap ist jetzt ein bisschen, ein bisschen wild. Oh, Hans-Sama hat den, hat den Ruh drauf, ne? Armut schon das Sidestep. Oh! Ei, ei, ei. Okay, da darf er eigentlich eher nicht rauskommen, ne? Trimby mit dem Flay zu kurz unterwegs. Armut hat er sehr hart gegridet für noch ein Plating. Äh, ja, und wer wieder profitiert, ist der oben, Oh, Desperation, my friends. Das ist ein Desperation-Move. Ähm, warum ist das ein Desperation-Move? Naja, du hast quasi in dem Moment einen Armut, der hier unten noch chillt, während sein da oben ist, weil er für ein Tierbrating gegridet hat. Super, super bad erst mal, ne? Das machst du nicht. Hat vielleicht nicht erwartet, dass die Enemy-Botline schon wieder swappt. Das heißt, der muss eigentlich jetzt hier hochlaufen. Und, ähm, das, was die allerdings sagen in diesem Moment, ist, okay, äh, natürlich kann der Urgott da hochlaufen, aber guck mal, hier laufen 400 extra Gold rum. Und wenn wir den Kinn auch für Videos kriegen, dann ist es nicht schlimm, dass der Sein da oben geht, weil der Sein ist eh nur ein Tank. Das heißt, was man sagt, ist in dem Moment, okay, wir sind desperate, äh, wir gehen hier für den, für den Flank und engagen drauf. Franzama, schöner Sleep. Ja, Well, ich glaube, die wurden nochmal 200 Yield. Und ich will jetzt nicht nochmal sagen, dass er die perfekte Item-Combo hatte, weil er hatte eine andere als das letzte Mal. Äh, diesmal hat er nicht die perfekte Item-Combo. Oh my fucking God. Er, er hat überhaupt nicht die beste Item-Combo, ne? Aber wobei, er kriegt in dem Moment Sniper und, und Aoe, was, aber auch gut, fuck. Er ist auch gut gespielt, auch die Ultimate ist gut getroffen, Inspired mit dem Spear, in Serious, krass. Aber das ist ein, ein, ein Play in, äh, im 4 gegen 3 mit deinen Top-Laner, der um insane viel verliert. Ganz ehrlich, in der Solo-Cure opens du. Äh, in der Solo-Cure spielt das am High-Elo-Karner-Viertel. Weil das, nach dem Play, nachdem deine Bot-Lane, die Enemy-Bot-Lane das zweite Mal sowas überlebt, Trimby hat, hat Kaiser insane interrupted, ne? Das war super wichtig. Und in dem Punkt muss man sagen, gibt das im Schach-Computer oder so, oder so eine Analyse, oh mein Gott, der hat oben den Turm bekommen. Der Gold-Unterschied ist jetzt bei 4.5, 5, bei 4.000, fast 4.5. Bei Minute 12. FF. I really FF. It's so doomed. Ich hab die, die ersten 7 Minuten gesehen und die letzten 10. Deswegen weiß ich auch das, Spoiler, äh, Mad Lions das doch gewonnen hat. Aber, man fragt sich schon, wie, ne? Also, ich seh keine Wind-Condition. Du hast das schwer zu spielen, du kommst, du hast Side-Lane-Power, ne? Also, der Twisted Fate, gerade mit diesem Shurelias-Bild, äh, ultetat quasi auf die Side-Lane, gibt dieses Shurelias dann auch noch den Urgut und dann rennen die die runter. Wie diszipliniert Rook das spielt, ne? Dass die Bot-Lane da nicht overextendet, sondern wirklich wartet, bis die Infos da sind. Es ist aber auch, mental ist das hier, einfach nur noch komplett Mobbing. Also, der, der, der Spear gerade auch, der nochmal den Blue-Buff-Stil, das sind alles Dinge, die, die bleiben ja, also klar, ja, das sind Profis. Wait, war das ein Fail-Heroid? No! Oh mein Goodness! 320 Gold gewastet, ne? Und fast, das wäre wahrscheinlich noch, ne, Tyrion Firstbate hatten sie schon Top-Lane. Aber ist schon, ist schon, ah ne, warte mal, der, der, der macht ja genauso viel Schaden, wie, wie, ob er Minute 14 ist oder nicht. Marbet. Ähm, ja, musst du so stellen, dass du bei Minute 14 auch die Tyrion Plattings kriegst, ne? Die verschwimmen bei Minute 14. So, Thresh spielt ihr übrigens Letterbot. Er findet das insane strong, ich glaub, die müssten den irgendwie auf die Map bringen, aber ich wüsste jetzt auch nicht genau wie. Also, was sie jetzt die ganze Zeit gemacht haben, ist immer, wenn die, wenn die Pryor hatten, sind die danach geswappt. Aber wie diszipliniert der das Spiel, ne? Hat es aber keinen Millimeter nach vorne. Nidalee ist im Topside Jungle und der sagt, ich kann die Wave nicht annehmen und steht 5-0. Ich würde jede Wave hart pushen. Super, super diszipliniert. Was, noch mehr die Frage aufwirft, wie verlieren die das? Weil der Weg, wie die das Classic verlieren, wäre, dass die, dass die oversteppen. Und das enabled ja, ne? Also, ganz oft sagst du ja als Spotliner, der Jungle ist die ganze Zeit unten. Aber dadurch, dass die Lidalee jetzt Spotlane war, jetzt ist resettet, kann Nidalee in den Topside Jungle so easy reingehen. Seid ist auch da, du hast die Überzahlsituation und bist dadurch in der Lage, ihr Easy den mit den Turm zu nehmen. Schildkröte Steve, ich danke dir ganz herzlich für deine Subscription. Danke, danke, Mann. Ähm, ja. Und jetzt wird der Science sogar vielleicht bis nach ganz unten geswappt. Ne, er geht, er geht wieder raus. Hans-Sama kann jetzt unter den Turm angreifen. Kompliment, ne? Das ist so konsequent runtergespielt. Davon könnte sich für Nettdick zwei Scheiben abschneiden. Weil genau da, würden sie jetzt weiter für die harten Plays gehen. Rung, spielt das einfach Classic mit Pryo, mit, mit immer nur ein, immer nur ein Play gleichzeitig auf der Map. ist so eine Ground Rule, die aber ganz oft nicht passiert. Jetzt wiederum ist der Jungler da, das heißt, sie spielen aggressive, Gage of Nett ist da, Free Kill und raus. TP von Armut auch noch bekommen. Also, Mad Lions in der Solo-Cue, wie gesagt, Minute 15 ist rum, ne, der Surrender-Volt wäre durch. Keine Schicks, das Game noch zu gewinnen. Aber sie finden ein, also schauen wir mal wie. Topside wird, äh, wird, äh, collapst oder haben eine East, ähm, wirklich tanky. Aber da sind Limits. Ja, er spielt das nicht so konsequent, äh, Slow, ne? Er hat überhaupt keine Vision Topside. Er hat sehr viel Vision Botside. Das heißt, die Lilia muss Topside sein, weil wenn sie nicht im Botside-Jungle ist und Jungle sind immer im Jungle, wo sollen sie sein? Ähm, oben ist die, ist die simple Antwort. Er glaubt, er kann mit der Ultimate mal rauskommen. Aber die hätten auch noch dazwischen flashen können, also, ähm, zu einfach, ne? Also, ist genau das, wofür ich die Botlane gelobt hab. Nur ein Play auf der Map. Und wiederum Kasi, oh, deswegen indizierst du meistens nicht mit Hooks oder mit Flay, ne? Aber trotzdem, ich mein, Kasi hat eh Cleanse und so. Best Case kriegt er einen Cleanse, ich glaube. Trotzdem, weil, vielleicht schon mal diesen Botlane-Play probiert hat, vielleicht hätte ich hier gerecord, ne? Der hat jetzt seinen Recon nochmal abgebrochen, um Greedy für den Play zu gehen. Ja. Und verliert dadurch, verliert dadurch, verliert dadurch, verliert dadurch Zeit, weil er jetzt auch noch weit weg laufen muss, bis er recoinen kann. Das heißt, Lydia ist da oben jetzt, Frieden, den Hero zu machen. Ist die Frage, wäre der Fashions Time da gewesen? Probably nein. Aber bei, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber es ist auch der zweite Hero, der zweite Hero geht im Competitive als scheißegal, weil es gibt keine Playtix mehr. Das heißt, er gibt dir nicht unbedingt Gold, sondern du kannst den Tier 2 mit dahin brechen. Der zweite Hero hat meistens auch mehr Gewicht, wenn der Tier 1 mit dahin drum noch steht, weil du den dadurch oft, sonst nicht aufgebrochen bekommst, was ganz cool ist. Aber das ist kein, kein Object, was mein Hardquartismus. LS zum Beispiel ist ein großer Perfechter davon, dafür gar kein Tempo aufzugeben. Fairerweise haben sie aber mit dem Tempo ja auch nichts Sinnvolleres gemacht, außer Kasi zu versuchen zu catchen. Hätte erst Fashions und Rüten was gebracht, probably. Aber trotzdem. Es gibt in Chat hier viel Kritik an Trimby, aber der hat... Sie überleben es. Aber er hat zum Beispiel diesen einen Player auf der Bot-Seite, hat die Eldestar-Kombo-Interrupted, was basic ist, aber wichtig ist. Also ich finde, er hat seinen Job bis jetzt gemacht, außer bei der Top-Lane-Szene, wo er hätte Lantern spielen sollen. Und jetzt gerade halt ein bisschen greedy, aber es ist ja auch nicht nur sein Call, sondern da sagt ja auch wahrscheinlich ein Ansame, Alter, Kasi ist hier sehr aggressive. It's illegal, würde Sola sagen. Und dann rennen wir da ja auch rein, ob das dann meine Idee ist oder nicht. So, was macht hier die ganze Zeit Rogue jetzt? Achte mal auf die Bot-Seite, ne? Urgott sieht, dass seine Jungs Midlane in Unterzahl sind, deswegen überlegt er zu rotieren und entscheidet sich dagegen, ne? Das heißt, Mad Lions sagt hier, okay, ne, wir sind in der Lage, mit den und Top-Lane die Waves zu klären. Du kannst unten noch eine Wave nehmen und das sind einfach Ressourcen, die sie dadurch kriegen. Das ist ziemlich cool. Ich hab zum Beispiel, das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann, ne? Also hier als Armut durchzupuschen, das darf mir doch bevorstehen, einen klaren Call vom Team und in der Solo-Queue würde das niemand machen, weil er sich einfach denkt, also mein Team intet 100% rein. Aber Armut macht das und die müssen natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Risiko gehen, Titanic Hydra fertig vor Strike Breaker, wie gesagt, Titanic Hydra kein großer Vorteil. Armut versucht hier zu recallen, schafft das auch. Sick. Okay, Mad Lions spielt das bessere Makro, I guess. Wo verliert denn hier Rook schon wieder so viel Tempo? Enemy Blue Buff nehmen die. Sion geht hoch. Aber sie sehen ja, dass da oben drei Leute sind, ne? Und trotzdem nimmt hier Inspired noch seine Golems, wird dabei gespottet, das heißt, Mad Lions weiß auch, dass sie in dem Moment oben den Play machen können und die haben jetzt bei so viel Goldrückstand Top und Bot Outer Turret bekommen. Fucking well played. Ich weiß, in solchen Games ist man ganz oft so und sagt, boah, Rogue hat's so scheiße gemacht, aber ich muss sagen, Mad Lions nutzt die Infos, die sie haben, auch richtig geil aus, ne? Trotzdem sieht's natürlich super lost aus. Not gonna lie. Also grad, wenn man da die XP gesehen hat, tut schon echt weh. So, Hans haben wir jetzt auf die Midlane gestellt worden, das macht am meisten Sinn. Wenn man Probleme hat, das zu spielen, dann kann man das auch einfach mit zwei Lanes spielen. Sollten schon eine zweite Lane aufmachen. Also Sion sollte schon unten erst pushen und dann moveen, oder? Von mir aus der Lucian. Der Lucian ist wahrscheinlich deutlich stärker. Sie haben ziemlich viel Angst vor, auf die Side-Lane zu gehen und ich glaube, es ist auch ein Stück weit berechtigt, weil eben Zusted Fate mit Ubert auf alles killpressure hat. Ob ich auf Sion I don't even know. Yikes! Warum nimmt Humanoid da oben die Wave so weit vorne an? Wahrscheinlich, weil er schneller die Wave klären will und deswegen zum Drake geht und deswegen früher Schaden an der Wave machen will. Was ihr aber auch seht, ist quasi, dass Rook hier für den Top-Side-Play geht. Also, Hatsama ist top, Trimmy move top, ist der Titelport von Urrut, den man dafür bekommt. Und vier Leute von Mad Lions da. Das ist schon crazy. Aber finde ich, es ist schöner zu sehen, das Game, als die Games gestern, wo er teilweise echt einfach nur auf den Drake gewartet wurde. Und hier ist 30 Sekunden von Drake und beide Teams machen trotzdem nochmal richtig, richtig Action. Macht es eigentlich Sinn, den zweiten Hero auf einen TP-Player zu tun? Der kann so viel stärker Split pushen. Ja, also, maybe ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, der ja, wobei, actually, ja, warum nicht? Nie ist er wirklich drüber nachgedacht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so bad, weil er auch den schnelleren Recoil hat, ne? Also, zum Beispiel, Ugo hat eben in der Szene, wo der Botzeit-Jungle den Recoil setzte, wenn er da Harrod hat. Äh, ist es deutlich ungefährlicher. Finde ich eine schöne Idee. Würde ich machen, wenn ich die Wahl habe. Manchmal hast du nicht die Wahl, Jungle machen so einen zweiten Harrod auch gerne alleine. Lili hat das auch gemacht. Aber wenn du die Wahl hättest, wäre es beim zweiten Harrod wahrscheinlich sinnvoll. Beim ersten Harrod gibt der Jungle halt meistens vor, wo er hinkommt und ist dann entsprechend auch da, wo er am besten hinkommt. Sagen wir, es gibt es da in Top-Lain, dann willst du ihn aber Mitte-Place und das ist natürlich mega, mega useless. In dritter Drake gibt es Optionen für Mad Lines zu contesten? Nein, gibt es nicht. Armut hat ja auch vorher seinen TP auch noch gewasted in An- und Abführung, ist aber auch fein, weil sie sind so weit behind, dass du den dritten Drake eh nicht contesten kannst, sondern den vierten, wo es um die Soul geht. Der ist da wichtig und deswegen ist es auch nicht ganz so schlimm, dass Armut kurz vorm dritten Drake seinen TP gewastet hat, weil er ja so oder so nicht in der Lage gewesen wäre, das Ganze zu contesten. Item-Power-Spikes sind Brutal bei Aphelios, der hier, dadurch, dass er nicht gegen einen klar definierten Armour-Tank spielt, auch nicht für dieses Armour-Schritt-Item als zweites geht, Lord Dominix heißt es, glaube ich, sondern Phantom-Dancer into Infinity Edge. Guess it's fine. Twisted Fate geht für diese Shurelias, Sonias, Rapid-Fire-Cannon-Variante, das ist quasi die Ultimative-Utility, aber ich finde, diese Shurelias kommen wir eigentlich ganz geil, weil du auf der Sideline, wenn du Shadows, gibst du deinen anderen Top-Liner, deinen anderen Set-Liner nochmal extreme Power, Human-Eutra wird gecatcht, hat noch Sonias, ne? Humorlos. Oh mein Gott. Oh, okay, okay, okay. Ich glaube, das gucken wir uns in Slow-Mo an, also nicht in Slow-Mo, sondern in Normal-Speed. Ich habe so viele Games früher immer nur auf High-Speed geguckt, das ist für mich richtig weird, weil als ich kommentiert habe, weil alles so Slow-Mo wirkte. Als auch NCKNA und EU gleichzeitig schauen wollte. Das ist alles super close, ne? Wenn hier einer mehr stirbt, ist Instant-Rip, aber die kommen alle mit allen Flashes und alles irgendwie raus, was sehr frustrierend ist für Rogue, weil wenn die halt ein Catch mehr haben, ist das Nash. Ist wahrscheinlich sogar trotzdem Nash, weil viele das hat die ganzen Chakrams, aber die bauen sich so schnell wieder ab, dass es vielleicht nicht geht. Ich glaube, dass Rogue den Draft in drei Spiele verloren hat, weil die nicht hier kriegen will. Ah, ich habe den Draft in Game 3 nicht gut genug gesehen. Da kann ich leider keine Aussage zu machen. also wir gucken Game 4. Jetzt brechen die nicht ab. Ja. Ich meine, tatsächlich finde ich es eigentlich richtig, wenn Teams das abbrechen, weil es immer noch ein Flip ist. Beide Junkers sind selbes Level. Ich würde sagen, dass DL den besseren Execute hat als Lilia. aber das Risiko ist schon da, dass du da das Game verlierst und du hast drei Drakes, du bist 2.30 auf Soulpoint. Du bist 4.500 gold ahead, wenn das auch schon seit zwölf Minuten. Das ist eigentlich kein Game, was du flippst, weil du alles in deiner Hand hast. Lucian wiederum geht für Lord Dominix. A bit weird, ne? Wir haben gestern auch von Caps den Krakenslayer gesehen. Hier ist es der, ne? Der andere. Der Dashie Dashie. Gay Force. Braucht er hier Lord Dominix? Braucht er doch überhaupt nicht. Kein Gegner Bot Tank. Ninja, Tabbis und Sonyas. Ah, actually, maybe, deswegen. Ja, wahrscheinlich ist das im Endeffekt der Grund, warum man dafür geht. Twisted Fate nutzt jetzt einfach die Ultimate, um unten noch diese Wave zu nehmen, die er normalerweise kann halt nicht so weit ins Gegnergebiet reinpushen, aber dadurch, dass wir über Ultimate Division bekommen, kann er es immer wieder. Das ist sehr, sehr smart. 1.30 auf Drake. Unten die Wave jetzt komplett reingepusht. Humanoid will einfach Ressourcen haben. Ist natürlich trotzdem 60 CS behind. Das ist schon super scheiße für ihn. Oh, Chiridia ist gepoppt. Oder? Seist nur so aus. Upsi, vielleicht habe ich mich vertan. Ja, und jetzt geht es eigentlich um Midland Prior. 1 Minute 10 vor Drake. Wer kontrolliert die Midlane? Der kontrolliert ja auch das Game. Wir gucken gerade auf normaler Geschwindigkeit, das kann man sich kaum geben. Andererseits ist jetzt gerade eh die entscheidende Phase, also let's go. Kannst aber den Face check. Kann sofort die Uid nutzen. Oder muss auch sofort die Uid nutzen. Armut und oder Amne marschieren Seite an Seite. Sein ist trotzdem schneller wieder am Start. Ja, das ist okay, ne? Das ist schon bitter, aber ich meine, achtet darauf, ne? Trusted Fate geht hier Base und Kaiser will trotzdem jetzt Division Contesten. Ihr weiß, Humanoid hat TP und wenn er hier einen Flank findet, könnte er wieder rein, aber er muss zumindest den Ward reinstellen. Du musst ja nicht mit dem Face wirklich reinkommen. Er hat auch noch zwei Wards ab, also ich meine, da gibt es echt wenig Erklärungen für. Dass er hier nicht flasht, finde ich gut, weil sein Flash offensiv so viel wichtiger ist und er muss so oder so hier recoilen. Der Drake ist so oder so lost. Aber wieder stirbt von Mad Lines nur einer, wa? Uh, never mind. Ah doch. Oder Amne kommt da nicht in den Fight rein. So, ist das jetzt Nash? Auch nicht, ne? Supporter Dead ist nicht wichtig genug. Supporter sind auch so low Level, dass sie am kürzesten tot sind. Death Time ist gelieb mit Level. Sehr, sehr dark alles. 15 Sekunden auf Drake. Tatsächlich wird Kaiser sogar noch leben für den Drake. Human Heart versucht, die Wave nochmal rauszunehmen. Aber Kaiser kommt niemals in Time hin. Ist schon krass, ne? Eine Soul zu droppen. Aber du musst, ne? Ich meine, ich meine, sie wollen nicht mal droppen. Ne, die wollen nicht droppen, die wollen fighten. Loya kriegt zwei Mann im Sleep. Beide keine Relevanten. Oh mein Gott, die kriegen echt, die kommen da noch hin. Holy Shit. Achtet jetzt auf Kaiser, ne? Flash up. Oder Amnes Dead kann trotzdem noch Frontline spielen. Und jetzt muss Kaiser mit Flash rein. Wow, okay. Der war aber sehr klinge smited, ne? Tod of Inspired. Actually war ganz kurz die 500 zu sehen. aber er war gefühlt bei 1000 weg. Oh mein Gott. Das war Actually das Smite von Inspired. Ach so, Inspired ist ja auch die Nidalee. I'm inting. Okay, okay, okay. Dann Rest des Fights würde ich mal in Slow-Mo machen, weil das sind Mechanically Sachen, die eigentlich ganz geil sind, wenn man sie langsam sieht. So. Das heißt, Odo Amnes stirbt, ne? Kaiser sollte in die Backdown reinkommen. Er hat allerdings höchstwahrscheinlich sogar noch Coo-Downs, ne? Ich meine, so ein Alistar, der kann nicht der Card gewi-Qt auf uns sein. Woher wird CC'd. Humanoid mit der Ultimate hinter die Gegner, aber sehr weit hinter die Gegner, ne? Das heißt, Twisted Fate. Kaiser jetzt bei den Flash Engage, nicht auf Hans Sama. Der zieht beide Sums bevor Kasi da war. Er stirbt deswegen an Kasi. Huge Shutdown für ihn. Oh my goodness. Armut. The Dancer. Oh! Oh my God. Armut kriegt... Achtet, achtet auf seine Beinchen bei Urgott. Er kriegt in den Momenten genau da die Beinchen wieder ab, ne? Ist schon super geil. Oh, der Triumph dabei! Oh! Wie gecancelt, weil er beim Auto-Attack mehr Damage macht. Wie sick ist das? Und das ist jetzt ein Fight, den sie zumindest teilweise sogar gegen die Soul gewinnen, ne? Sein, fairerweise down. Ich glaub trotzdem, dass Hans Sama hier im Endeffekt den entscheidenden Fehler macht. Ist ziemlich sick von Humanoid, dass er hinter die Leute geht, ne? Und Hans Sama, der Flash ist halt wasted, oder? Macht der irgendwas mit diesem Flash? Näh. Aber es ist schwer, hart zu blamen, ne? Also ganz ehrlich, wird hier, wird da keinen großen Vorwurf machen. Weil das dann doch, also das sind auch diese Mechanics, die im Endeffekt in den Analysen immer ein bisschen zu kurz kommen, weil bei das Magno kann man halt sehr objektiv kritisieren. Ich finde, Mechanics in Teamfights ist so viel auch Klatschmoment. Holy shit. Spider-Type hat mir noch ein Kick geholt. Ja, und Furnace Hole für Rogue Gold-Vorsprung trotzdem nur noch dreieinhalbtausend. Kasi hat gerade den dixen Shutdown der Welt bekommen. Ich meine, im Endeffekt, äh, habt ihr recht, Sama kann da mehr zu seinen Teamflashen als von ihm weg, ne? Also ja, da liegt auch noch ne Lantern. Um die da genau liegt, weiß ich auch nicht. Achtung. Trimmi liegt jetzt hier ne Lantern, wahrscheinlich wegen Schild. Oh, weil da reingedashed ist. Na, ich glaube, das ist nicht sein Job. Und ich glaube, Sama kann auch linksflashen, aber dann ist er in Armut drin. Ich glaube, da fühlt sich auch kein Gefallen. Aber sick. Das hier ist von Humanoid natürlich bad, aber damit stellt quasi sehr, sehr gut unterwegs, obviously. Man kann es trotzdem lesen, ne? Ich kann es aber wirklich schnell genug, um mich wegzumachen. Da. Ich denke, ich denke, das geht klingt. Das ist wahrscheinlich trotzdem fein. Okay. Ja, und jetzt hast du die Soul, das heißt, du willst den Nash, ähm, Lucian auf die Seite zu schicken gegen Tisted Fate ist absolut möglich. Das ist ein crazy Play, wenn ich es richtig gesehen habe. Der TP war ja nicht von Humanoid, sondern von Armut, ne? Denk dran, TP ist so, dass du den Move für Speed kriegst. Und jetzt kommt Shuredias, ne? Shuredias, Stridebreaker, Flash, eh, oh mein Gott. Das ist Hass, ne? Aber es ist insane gut. Und jetzt ist, oh mein Gott, das ist actually insane, ne? Also dadurch, dass die hier den Catch kriegen, achte mal darauf, wie hart quasi jetzt die Jungs von Rogue hier gefangen sind, ne? Die sind quasi hier jetzt in diesem Bereich, hier oben ist ein Urgott, der vor allem auch hier aggressiv reingehen kann und von hier unten kommen die Gegner. Das heißt, die sind jetzt gesandwiched ohne ihren sehr gefielten Midlaner. Aber so gefieltert ist er nicht. Aber eher einen sehr starken Midlaner. Das heißt, die G von ihm ist, sie engagen auf Kaiser, der kriegt ihn zweimal Knockup. Inspired Greed ein bisschen für den Humanoid. Ja, und Hans Sama ist Last Man Standing. Ich glaube, Mechanical Error wahrscheinlich mehrere. Also einmal quasi Hans Sama geht hier unten raus, wenn man es auch nicht ganz sieht. Und die drei gehen hier raus. Und ich glaube, die Lösung ist, hier hinzugehen. as fast as you can und einfach zu versuchen, den Fight massiv zu disengagen. Weil ich glaube, dass du den Fight nicht gewinnen kannst und ich glaube, das musst du erkennen. Und dadurch ist Hans Sama in einer ganz guten Position, der Rest nicht. Aber Hans Sama ultet jetzt. Der wird jetzt ulten und ich glaube, in dem Moment darfst du nicht ulten als Aphelios, weil ich glaube, du machst mit Auto-Datex mehr Damage. Anders als Kasi da sehr hart explodiert durch die Ult. Also maybe I'm wrong. Krass. Crazy, ja. Also ich hatte ja schon angesprochen, dass ich das Shurelia Twisted Fate-Bait sehr, sehr geil finde, weil du halt eben genau in der Lage bist, deine Laner zu shadowen und Shurelias zu geben. Ich habe nur noch nie gesehen, dass jemand so kackendreißig auf die Lane vor deine Fresse TP Twisted Fate-Ultimate angeht und du einfach runtergerannt wirst. Also zu shadowen halt zwei Leute auf der selben Lane. Zwei Solo-Länder auf der selben Lane. Also zwei so aus beiden Teamfighten gegeneinander und dann kommt der Twisted Fate dazu. Das ist der Basic-Shit. Aber das ist schon, das ist schon sehr sneaky. Ult ist für den Instant Shuriken Stacks. Oh, das ist a good point. Ja. Ich habe so wenig Ahnung von der Filius, um das zu sagen, ne? Ja. Und Larsen, dass er hier den Dash nicht durchkriegt vor der U-Goth-Ult ist auch sehr, sehr sad. Wenn er dann die U-Goth-Ult nicht abbekommt, ist er weniger gesloat, ist er gar nicht gesloat und kommt vielleicht raus. Ja, das sind diese Mechanical-Dinger, also bei Filius liege ich schon mal einfach daneben. Ich habe mich da auch generell ein bisschen zurück. So, next fight, I guess. Worum wird gefightet? Ich glaube, um gar nichts, ne? Gibt es einen Fight-Grund? 51 auf L-Andy. Die, die, die fighten einfach nur gerne. Aber ist auch geil. Also ich, ich sehe lieber Situationen, wo einfach gesagt wird, ey, jemand ist out of position, deswegen fighten wir. Wir fighten um Vision, wir fighten um alles. So ein Abwarten, sechs Minuten auf den Drake und jeder langweilt sich. Sollte du schon weder QSS nehmen noch Cleanse mitnehmen? Good point. Ich meinte ja, dass das Mitlehrer gegen Twisted Fate eh immer Cleanse mitnehmen. Larsen sieht das anders. Und ich meinte, der Play gerade funktioniert nicht, also der Play, dieses Shadow funktioniert auf gar keinen Fall, wenn du, wenn du, äh, ne QSS hast. True. Ich meinte, er hat Mercs und Mercs wird hier super effizient, weil sie dir halt auch ein RG geben, Lilia und Twisted Fate. Aber ich meinte, QSS gibt ja auch ein R, ne? Ich weiß nicht. Weiß wirklich nicht. Ich spiele selber auch kein Lootchen. Ich weiß nicht, wie scheiße es sich anfühlt, wenn du ne QSS geben musst, wie weit du rausgenommen wirst. My goodness, eh. Uhr, das ist so sick auch hier einfach, weil er so fett auch ist. Aber, also wirklich, sind Tanks, Tanks? I mean, look at him. Das ist ein Full-Life-Sign, der von Twisted Fate getroffen wird. Schon disgusting somehow, ne? Aber ich meinte, ja, so funktioniert so ne Catch-Comp. Ist auch Ninja-Tubbies bei SIGN wahrscheinlich mit Unflinching und Tenacity in den Ruhnen. Also, äh, ähm, wobei, ne, kann er gar nicht. Er kann nur Unflinching dabei haben. Dann müsste er eigentlich Mercs haben. Ja, doch, ich glaub schon. Ich glaub, er braucht Mercs. Er hat Mercs. Wait, hab ich die verguckt? Er hat 10 Ninja-Tubbies und hat sich auch gedacht, Alter, ich brauch Mercs. Achtet auf SIGN. Yikes. Der ist einfach tot und deckt sich fuck it. Ah, okay. Okay, er stimmt scheinbar meiner These zu. Oh mein Gott. Wenigstens gesteht er sich den Fehler ein, ne? Wäre Spaybook nicht besser für SIGN als Omni-Stone? Das kann ich dir ehrlich nicht sagen. ich denke, dass der Grasps mich besser. Also, to be honest, ich, ich hätte lieber einen Grasps SIGN. Der auch nochmal extra, ne? So. Das, das appreciate ich grad nicht genug, ne? Die kriegen Midlane in den Turm. Die haben Nash. Die spielen eine Lane. Das ist kein krasses Makro jetzt, ne? Die rennen einfach zu 5 drauf und sagen, wir nehmen jetzt den Turm. Und, äh, dadurch, dass Oda Amna gecatcht wurde, kann Rook auch nichts sagen, außer, ja, aber wir schauen euch dabei zu. ne? Matt Lyons, will die Wave hier komplett haben, haben sie aber nicht geschafft. Ist ihnen aber auch egal, 5 Sekunden auf Drake. Rook spielt das jetzt Bilderbuch-mäßig, pusht die Midlane-Wave, durch und rotiert durch die Midlane in den Elder Pit rein. Das Problem ist, Damage ist fucking high. Oh mein Gott, was passiert hier mit dem Drake? Der Damage ist ja insane. Inspired. 1300. Das ist insane, ne? 1317. Alter, was ist denn mit Cassis AP-Biken hier passiert? Was ist denn das für ein Terroranschlag auf ihn? Oh mein Gott. Seht ihr hier den Schaden? Crazy. Okay. Cassis hat dafür tatsächlich noch kurz überlebt. Hätte ich gar nicht gedacht. Den Fight gewinnt Mad Lions auch. Ja gut, okay, sie haben Elder-Wave, ne? Ich mein, wenn Inspired hier das Smile-Duel gewinnt, verliert Mad Lions hier einfach 100% das Game. 100%. No way, dass sie das fighten können. Aber spielt keine Rolle, ne? So, und jetzt ist der Gold-Vorsprung immer noch, ne, warte mal, Mad Lions hat jetzt den Gold-Vorsprung und Druk ist kurz davor, mit Soul zu verlieren. Vor allem mit Infernal-Soul, die ja generell als vielseitig einsetzbar gilt. Mein Gott, der U-Gold ist aber auch ein fucking Biest, ne? Das U-Gold ist auch competitive jetzt so gut angekommen, das ist richtig geil. Und ich mein, der hat viele Waves gedroppt, der ist öfter mal zum Team rotiert, der hat da immer mal wieder Waves fallen lassen, aber er ist The Man. Just the Fate-Ult und Hans-Sama muss nach Hause laufen. Hier denkt ja keiner mehr, dass Mad Lions das jetzt verliert mit Elder-Buff. Aber to be honest, ich dachte vorher nicht, dass Druk das irgendwie verlieren kann. Wie hat Mad Lions das eigentlich gewonnen? Mad Lions hat es darüber gewonnen, dass sie makromäßig gut rotiert sind, tatsächlich noch relativ viele auf dem Web bekommen haben, dann diese Twisted Fate-Urgott-Kombo hatten und es ihnen tatsächlich gelungen ist, Catches zu landen, bevor die Objectives kamen. Ich kann mich an kein Objective 5-on-5 erinnern, sondern Catch gegen Lucian, deswegen dann der 5-Topside gewonnen. Catch gegen Sine, deswegen den Elder-Track bekommen. Das ist schon ziemlich nice, ne? Also Kompliment, das so zu finden. Geht wahrscheinlich fairerweise auch fast nur mit Twisted Fate. Sag mal, wenn ich eine Sola dein Value von 10k habe ich noch nie gehört. Maybe. Also ich habe es nie umgerechnet. Du könntest ja einfach umrechnen, wie viel Damage macht ein Inferno-Sola und wie viele Stats gibt dir und wie viel Gold würdest du brauchen, um genau diesen Damage zu kriegen. Du hast die Damage zwar nicht reliable, aber es ist dann ein Ernährungswert. Crazy, ey, dass die einfach draufrennen können. Aber das ist halt jetzt auch die CC-Losigkeit, ne? Aber der Fall ist tatsächlich, sieht der nochmal eng aus. Also so vom Setup her. Aber das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich glaube, der Sine muss sich im Endeffekt reinstellen. Also wahrscheinlich muss Oda Amne hier in so einem Moment, wo die einfach drauflaufen. Vielleicht muss Oda Amne sich dann einfach davor stellen. Aber wir haben ja eben gesehen, wie schnell der stirbt. Aber ich meine, Ansama hat halt so extremst wenig Uptime. Er macht so gut Damage noch über die Range. War ein bisschen Kasi da in die Stopwatch gegangen? Weil er der Auto-Attack von dem Filios flog, hätte der ihn geroutet. Scheinbar, ne? Na, okay. Routet der raus. Kaiser zweimal Knockout. Oh, get fucked. Und er ist trotzdem nicht mit Worn. Okay, die haben immer noch älter was. Oh mein Gott. Die Kaiser hier für einen Friedensnobelpreis oder einen Tötungsnobelpreis. I don't know. Holy shit. Aber er ist auch Terrell von Ansama, ne? Die Antwort hier auf ist übrigens Clance Flash. Erclanzt nur, er flasht aber nicht. Geht Clance Flash noch? Die hat mal überlegt, ob sie das rausnehmen sollten, ne? Aber ich glaube, du kannst Knockups immer noch glänzen. Dann kannst du dich nicht bewegen, aber du kannst flashen. Das Rock, der den Fight nimmt, während die Gegner noch älter haben, ist tatsächlich weird, ne? Wurden sie gezwungen dazu? Haben sie gedacht, dass der Buff schon weg ist? Naja, Zama macht einfach nur gut Damage über die Range. Sie fighten gegen Elder, ne? Da gewinnst du einfach nicht, ja, Jess. Aber das Fight-Setup ist das beste, was Rook das ganze Game überschafft. Ist aber auch das erste klare 5 von 5, wenn ich so richtig dir in Erinnerung habe. Ah, der hat sich selbst gebaitet. Zama hat so gut gespielt, dass er sein Team gebaitet hat und dann hat er den Fight aber selbst auch ordentlich verbockt, leider. Sind nicht glänzbar? Okay. Also kannst du nur QSS flaschen? Hat er vielleicht doch keinen Fehler gemacht. Ja, achtet jetzt mal bitte auf Lilia. Trifft hier Inspired und Swash die über die ganze Distanz gesleept sind, weil sie keiner auch reaktiviert. Wodurch natürlich ein bisschen Damage verloren geht, aber natürlich noch mehr Damage in dem Moment hat einfach bei einem Gegner nicht da ist. Knockups gehen immer durch. Ne, jetzt redest du aber wirklich Unsinn. Es sei denn, das wurde gechained. Ich glaube, du hast einfach keine Ahnung. Sorry. Ich guck das jetzt selber nach. Okay. Seht ihr das? Es war möglich. Ich weiß nicht, ob es immer noch möglich ist. Wie gesagt, die hatten mal überlegt, das zu entfernen. Aber die Idee ist, dass du, du kannst einen Knockup entfernen, du kannst dich aber nicht bewegen. Du kannst allerdings in diesem Moment ein Flash einsetzen. Das heißt, es ist möglich, aus einem Knockup dich zu befreien mit Cleanse Flash. Das ist die einzige Kombo, die es kann. Oder halt jetzt nur noch QSS Flash. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das so ist oder ob es nicht so ist. Aber das ist gemeint. Geht nicht mehr. Okay. Wenn das nicht mehr geht, dann ist es natürlich schade. Aber war auch eine kacke Mechanik. Hätte sie aber wahrscheinlich tatsächlich den Fight einfach für sie gecarried haben. Also muss er wahrscheinlich einfach den im Frühjahr rausflaschen. QSS Flash funktioniert nicht mehr bei Knockups. Läufig. Sad life. Ja, da wird es schwieriger, ne? Dann hat er, sagen wir mal, echt eine fast perfekte Partie gespielt. Weil man sein Positioning da natürlich schon ein bisschen kritisieren kann. Aber, ja. Nash. Fight. Game. Rogue ist jetzt so lost. Das Nash mit den D-Buff, den die Leute kriegen, immer noch mit die beste Situation schneiden. Aber Hans Hammer hat gar kein P-Ding. Like, please, help's. Can someone help him? I mean, Trimby verkauft ihn halt so hart. Ich weiß nicht, warum Trimby denkt, dass er ein Engage-Tool ist. Aber ich wäre so mad. Wenn hier die Situation entsteht, ne? Was glaubt ihr ist Trimby's Job? Aus meiner Sicht ist Trimby's Job, hier hinzugehen, den Alistar fernzuhalten und dann einen Safe Space zu schaffen, wo er im Zweifelsfall wieder seinen Kumpel hinentern kann, ne? Wo er dann sagt, hey, komm rüber. Trimby wirkt völlig lost. I mean, warum muss ein Hans Hammer auf die Range zum Alistar gehen, ohne dass jemand dazwischen steht? Hier muss Thresh stehen. Vielleicht muss Hans Hammer auch nicht auf den Alistar zu gehen, aber er bedroht ihn ja trotzdem. Und jetzt sind wieder beide, Jungle und Support, geklenzt und Hans Hammer kommt jetzt zum ersten Autotacker und der Team hat das einfach over. Er hat so viel Gold, dann ist das so egal. Larsen kriegt jetzt nicht noch einen Kill. Ist das Game hier noch gar nicht over? Wer lebt denn noch? 4 vs. 2. Beide Carries leben. Unplayable für sie. Kaiser macht High-Stick-Flash und die müssen jetzt schon nach Hause laufen. Ist ja ein wahrer Künstler, yes. Sick. Wirklich sick. Also, dass sie das Game noch gewonnen haben, ist crazy. Ist crazy gut. Really, really well played. Die Freundin berechtigterweise Rogue kann sich natürlich ein bisschen Kritik gefallen lassen. Anfang war ich sehr diszipliniert gespielt von der Botband von Odo Amner leider nicht. Hat sich da ein, zwei Mal catchen lassen und Mad Lions wiederum hat das Beste, Beste draus gemacht. Ich fand Rogue aber auch weniger schlecht, als es Fanatic war mit ihren Gold Lied. Also, Mad Lions hat mehr gemacht, als es in SK dafür gemacht hat, um hier wieder zurück in die Partie zu kommen. Catches vor den Objectives zu finden, ist deutlich anspruchsvoller als bei den Objectives auf Fehler der Gegner zu warten. Und Fanatic hat quasi klare, klare Fehler gemacht in der Art und Weise, wie sie Objective angegangen ist. Das würde ich bei Rogue gar nicht unbedingt sagen, sondern sie haben einfach den Damage der Gegner massiv unterschätzt. In mehreren Situationen, was natürlich auch bitter ist, aber ich finde, dass Fanatic mit dem Lied deutlich, deutlich schlechter war, als es jetzt ein... Jetzt Rogue war. Kaum vergleichbar, die beiden Games. Kompliment an Mad Lions, Bärn stark. Da noch eine Win-Condition zu sehen, mental nicht komplett boom zu gehen und das am Ende nach Hause zu holen, ist giga well played. Großen, großen Respekt an sie. Das haben sie fantastisch gemacht und dafür haben sie hier das Lob verdient. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch als Analyse sehen wollt und auf was sich das nächste Mal viel mehr Wert legen soll. Das ist dann doch wieder sehr lang geworden. Unter einer Stunde noch 25 scheint das kaum machbar. Aber es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Johnny. Alter, wie er in die Kamera guckt. Armut, vote me. Der Urgott King. Er steht nicht mal zur Wahl. Er wurde rappt.